Qualität heißt Passgenauigkeit eines Zahnersatzes, dass er von der Ästhetik her die eigenen Zähne gut imitiert, dass die Zähne keine Charis mehr bekommen. An besonderer Ausstattung haben wir ein 3D-Mikroskop. Mit diesem können wir insbesondere hervorragende Wurzelbehandlungen machen, aber auch den Patienten gut den jeweiligen Befund demonstrieren und zeigen. Ich selber bin Hochschullehrer und habe das jahrelang gemacht. Ich kann dem Patienten gewährleisten, dass auch die Zähne-Zahnersatz möglichst ein Leben lang hält.